UNTERTITELUNG Kaufe die Beine rein Kaufe die Beine rein Du kommst da locker raus Drück raus Arme eng Arme eng und richtig auf Arme eng Arme eng Arme bleiben eng Er will auf jeden Fall den Arm heben Schau, dass du deine Schulter nach vorne raus Richtig auf Arme eng Nicht so auf Richtig dein Urkörper auch Ja, ich bin ruhig jetzt besser Schau, dass dein Schulter rauscht Du deine Arme eng auf Wenn du reinpettelst du deine Arme eng Schau, dass dein Schulter nach vorne Arme eng Arme eng Schau, dass er sich auf den Öl Du bist erst nicht auf den Öl Du bist erst nicht auf den Öl Arme eng Schau, dass dein Schulter nach vorne Schau, dass dein Schulter nach vorne Schau, dass dein Schulter nach vorne Aufregen Halt dich unten Arme eng Schau, dass dein Schulter nach vorne Schau, dass dein Schulter nach vorne Schau, dass dein Schulter nach vorne Beide aufstehen. Gut, besser. Viel runter, viel runter. Gut. Gut, der war schön. Weiter, weiter! Jawohl! 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 Jawohl, komm! Jawohl, komm, komm, komm! Weiter, schlag, weiter, schlag, weiter einfach. Schlag! Ah, eine Schlag! Das funktioniert nicht. Stopp! Applaus 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 Jetzt siehst du das immer härter, du könntest nicht gehen. Ich wechsle auf die Becks. Beide Hubs rein. Hubs rein, komm. Und jetzt links, rechts schlagen, aber nicht auf den Hinterkopf. Weiter mit beiden Händen. Mit der anderen Hand. Jetzt schlagen weiter. Komm, escape, geht schon. Gut. Auf die Hüte. Aushalten die Beine, weiter, weiter. Jetzt mach zu, mach einfach den Re-Nated zu. Escape, komm. Mach schon, zieh zu. Nebenrinnen oder nicht, egal. Komm, bewegen, drehen. Drück mal die Beine zu, dann nimmst du noch ein bisschen die Luft. Wechsle auf die Body-Loss und mach die Body-Logging. Oder mal ein graines Hand. Jetzt zieh zu, zieh. Jetzt schlag durch, schlag durch, jetzt schlag durch. Schlag durch jetzt. Weiter mit den Beinen, schlag durch mit deinen Re-Nated. Jetzt schlag. Jetzt schlag. Jetzt schlag, oben. Jetzt schlag! Jetzt schlag, oben, 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 oben. Jetzt schlag, oben, oben, oben. Und dann... Weiter, weiter, weiter. 30, 30, 30! Nicht stolzen! Spiel Gas hier, bitte vorbei! Lass uns das dann! Setz uns! So! Wir haben den Gewinnern nach einem Feuerwerk im Grounded Pound. Ladies and Gentlemen, einen riesen Applaus für Christian Mach. Und wir wollen hier auch sein Gegner, Bernd Nikolaus aus Hasbro. Einen riesen Applaus und ein Menge Respekt hier entlassen. Einen riesen Applaus. Bis zum nächsten Mal.